Hey Leute, in diesem Video betrachten wir nur ein Produkt im Test. Wer gerne ein Vergleichsvideo der besten Top 3 oder Top 5 Produkte dieser Kategorie sehen möchte, findet dies in der Infobox und der Videobeschreibung verlinkt. Alle Erfahrungen habe ich entweder selbst gemacht, in Themen relevanten Blogs und Testportalen recherchiert oder aus aussagekräftigen Bewertungen entnommen. Vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben und gerne ein Abo dazulassen. Akkustaubsauger werden immer beliebter. Die Zeiten, in denen der schwere und klobige Staubsauger die Treppe hochgeschleppt und auf halber Strecke das Kabel hinterhergeholt werden musste, sind vorbei. Auch das Aussaugen des Autos oder Wohnmobils muss nun nicht mehr an Tankstellen oder mithilfe von etlichen Verlängerungskabeln mit dem Staubsauger daheim gemacht werden. Mit dem wendigen Akkustaubsauger fällt das alles leichter. Achtung Rabattcode! Für viele unserer empfohlenen Produkte gibt es versteckte Rabatte. Ruft euren Rabattcode ganz einfach über unseren Produktlink auf. Dieser ist dann automatisch hinterlegt. Der Rabattgutschein wird euch, sofern noch verfügbar, direkt unter dem Preis angezeigt. In diesem Beispiel wurden über 60 Euro zusätzlich gespart. Alles, was man tun muss, ist durch einen einfachen Klick im Optionsfeld den Rabattgutschein zu aktivieren. Der Rabatt wird dann letztlich an der Kasse beim Bezahlen abgezogen. Über 64% unserer Produktlinks haben diese Rabattgutscheine hinterlegt. So lässt sich ordentlich Geld sparen. Als nächstes möchte ich euch den Akkustaubsauger von Yuffie vorstellen. Der Anker Yuffie HomeVac S11 Infinity Akkustaubsauger ist ein Bodenstaubsauger. Der Zyklonstaubsauger kommt ohne Staubsaugerbeutel aus. Sein Staubbehälter fasst 650ml. Das Gesamtgewicht beträgt 1,5kg. Der Akku ist abnehmbar, sodass bei einem defekten Akku nicht gleich ein neuer Staubsauger fällig ist, sondern nur ein neuer, auswechselbarer Akku. Im Lieferumfang des Staubsaugers ist ein Ersatzakku enthalten. Der staubdichte Sicherheitsbehälter mit Dual Vortex Technik soll die Luftverschmutzung verringern. Der Akkustaubsauger bietet verschiedene Saugmodi. Im Max-Modus leistet das Gerät zur Entfernung starker Verschmutzungen bis zu 8 Minuten lang seine Dienste mit einer Saugkraft von 120 R-Watt bzw. 20 kPa. Zur Beseitigung von Staub und Krümeln soll der mittelstarke Modus ausreichen. Im mittleren Modus saugt das Gerät für bis zu 25 Minuten. Im schwächsten Modus liegt die Akkulaufzeit bei bis zu 40 Minuten. Fazit Dieser Akkustaubsauger bietet das volle Programm. Er ist ultra leistungsstark und hat eine äußerst gute Batterie, welche praktischerweise auswechselbar ist. Ich bin überzeugt! Achtung Rabattcode! Für viele unserer empfohlenen Produkte gibt es versteckte Rabatte. Ruft euren Rabattcode ganz einfach über unseren Produktlink auf. Dieser ist dann automatisch hinterlegt. Der Rabattgutschein wird euch, sofern noch verfügbar, direkt unter dem Preis angezeigt. In diesem Beispiel wurden über 60 Euro zusätzlich gespart. Alles, was man tun muss, ist durch einen einfachen Klick im Optionsfeld den Rabattgutschein zu aktivieren. Der Rabatt wird dann letztlich an der Kasse beim Bezahlen abgezogen. Über 64% unserer Produktlinks haben diese Rabattgutscheine hinterlegt. So lässt sich ordentlich Geld sparen. Noch nicht überzeugt? Dann schau gerne in diese Videos rein mit weiteren interessanten Produkttests. Dann schau gerne in diese Videos.